also die fühlt uns glaube ich jetzt echt zu dieser zu dieser mine ich glaube davor war irgendwie so ein runenstein mäßig was das ist jetzt nicht mehr hundertprozentig wir können keinen an wir können keinen anwerben man ja schlecht lassen wir abbrechen brand okay was sind die Und zack Wir haben ja den hier Let's go Kill it Ready? Perfekt Kann ich wieder hier einmal aufsammeln? Oder habt ihr das schon? Nope Bisschen Rippchen mitsammeln Ein Sammeln Sammeln ist immer gut Immer schön die Kisten mitnehmen Immer schön in Häuser reingehen Immer schön gucken Luki Luki machen Das sind noch mehr Koppel oder? Das sind noch mehr Koppel Das sind schnelle Fights jetzt. Das sind schön schnelle Fights. Sag mal hier. Äh, Echsenkrieger. Äh, ja. Nice. Dann gehen wir mal hier runter. Zack. Sehr schön. Äh, mal. Der, der Fisch. Ja. Was ist los, Lola? Ja, dann gehen wir halt hier lang. Einfach immer schön den Vasallen folgen. Und weg damit. Das Ding ist halt. Ich hab halt echt keine Heilung mehr. Das ist halt kacke. Aber wir kriegen hier Rang über Rang. Äh, 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 machen wir Ölpfeil noch. Äh, äh. Gehen wir mal Demo was. Und Demo was. So. Das Ding ist mehr. Kann ich halt auch nicht geben. Ich hoffe nur, dass die sich jetzt halt ein bisschen healen. Jawohl. Perfekt. Da müsste ich halt wirklich mal wieder an den Runen-Dings da rankommen. Ja, ja. Alter Mann bin ich. Nee, 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 nee. Weg damit. So. Ja, Lola. Dann auf. Run, boy, run. Es sind wirklich viele Gegner unterwegs, ne? Oh, mein Gott. Äh. 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 Einfach mal Trockenobst reinpfeifen. What the hell? What the hell? Jagd anfangen? Wersiege Monster? Okay. Es lohnt sich, dies zu lesen. Das liest man dort. Achtung vor Falschen Erweckten. Diese Schritte verdienen eure Wolle, die ich nicht... Lasst euch nicht von ihnen durchnehmen. Ja, ich bin kein Falscher Erweckter. Ich bin ja ein richtiger. Ähm. Wir haben hier noch auf dem Weg ein Lager. Ja, das sollte klappen. Wir haben nur keinen Rohnen-Dings da mehr. Das coole ist, die Bogen-Shits sind, die läuft die ganze Zeit mit uns. Obwohl die jetzt gar nicht müsste. Ah, die Augen leuchten auch so krass in der Nacht, ne? Von den Kobolden. So. Lola, zeig mal an. Oh mein Gott. Äh. Who are you? What are you? Fackelst du besser als alles andere? Okay. Luna ist halt fast schon dead. Dank. Die hat halt noch hier. Okay, ich bin... Ich... Okay. Ja. 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 Was ist das da jetzt? Nur ein Zombie. Okay. Ähm. Äh. Hilfe. 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 Geist-Stick reinpfeifen. Okay. Sehr schön. Dann, äh. Okay. Kann ich die ja mal wieder wecken? Ja, oder? Ja, ne. Äh. Oh. Oh. Beste und Rüppchen. Lass mich mal hier die wiederbeleben. Jawohl. Perfekt. Jawohl. Lola. Einmal wieder aufstehen. Boah. Jejeje. Was ist das für ein Vieh, ey? Was ist das da? Oh. Okay. Einmal ne Donnermine legen. Na ja. 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 Sehr schön. Bin zwar... Ge... Ge... Wächt. Sollte aber kein Problem sein. Den da. Okay, lass das mal. Komm schon, komm schon. Lass das, lass das. Lass Lola in Ruhe. Äh. Oh mein Gott. Oh, einfach die ganzen Fische und alles futtern. Okay, 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 okay. Oh, lass mich mal kurz die Lola wiederbeleben. Wuff, 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 wuff. Huu, was ist das für ein Vieh? Oh, bin ich der? Ne, 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 ne. Wir fliegen erstmal. Geh. Dropped. Kek. MICH. Die. Hab. اخ. Geh. Dropped. K- einfach so ein fucking Dropkick in die Fresse ja komm also den haben wir fast wenn ich das da jetzt nicht einsetze wäre ja komplett wasted so komm schon so zack zack weg never come back dankeschön haben wir den da oh komm 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 die müssen wir jetzt haben weg 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 damit wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er hin ach der ist dead ah nee der ist doch noch nicht dead never mind ach der hat noch ein Leben der hat noch ein Leben okay äh gar kein Problem äh ich flieg mal weg äh bevor er mich wieder Dropkick nice äh ich muss drauf achten ah jetzt ist Luna mal down okay wo ist Luna wo ist Luna wo ist Luna wo ist Luna Luna ist da unten Luna hallo dabei kriegen wir gerade schon Hilfe von dem oh mein Gott so brenne komm wo ist der Boy da setzen wir noch eine Schockmine wo ist denn der flüchtet flüchtet der jetzt aber nicht flüchten da werde ich aber anders da werde ich aber anders wenn der jetzt flüchtet komm ganz normal Carsten ja 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 alles okay alles okay ach der liegt auf dem Boden der liegt auf dem Boden weg damit holy mother trucking hell äh oh gasporn hi danke fürs aushelfen ey äh ja warte mal da war die Aussage davon dass man hier noch was sammeln kann ist wahrscheinlich das Ding da ja okay wir gehen jetzt erstmal lagern wir machen jetzt erstmal ein Lager auf ja ja ist das da oh mein fucking gott seid ihr jetzt seid ihr denn jetzt für Dinger oh mein gott nur noch am gefeiter gott sei dank erst mal lager aufschlagen gott sei dank haben wir noch so ein Ding dabei haben wir noch irgendwas was wir zum kochen verwenden können ja ja hoi oh ich mach doch nicht sowas Schlafen wir mal gut. Na, diesem Ogervieh oder was das da war. Holy moly. Okay, weiter geht's. Das Ding ist, wir haben hier echt auch keinen Runen. Dingsibumsi, ne? Also, es ist sogar basically unmöglich, dass wir hier irgendwen wiederbeleben. Ah. Hiiii, na? Äh, Luna, Luna, Luna. Wo ist die Lula? Ist sie in die andere Richtung, oder was? Ne. Wird Gott sagen. Sollen die hier? Joa, eigentlich ganz geil. Also, ich muss sagen, ich bin schon Erzmagier. Ja, klar, natürlich. Äh, ganz klar. Äh, was anderes, äh, was anderes wäre ja auch gelacht. So, ich will nicht schlafen, ich will nicht schlafen. Schön mit meinem Stäbchen alles verbrennen. So, dann liegt sie und da ist sie tot. Wo ist die andere? Einmal. Feuer. Ah. Oh. Okay, ohne Bogenschütze ist man so leicht aufgeschüttet. Ein bisschen gegen die, ne? Aber nur so leicht. Okay. Weiter geht's. Das ist das Werk der Goblins, wir stehen da. Ach, da kommt nochmal, sieh hier. Oder? Ne, ich glaube, das ist ein anderer. Ja, ich weiß. Ich brauche nochmal meinen Hauptwassal. Mein Hauptwassal. Schon wieder, Harbchen. Weg mit dir. Turn to the ground. So. Oder? Let's go. Ja, ich folge dir. Ja, die Mine ist auch gleich da, das ist wohl wahr. Ich hoffe, wir kriegen das zu dritt hin. Ich weiß auf jeden Fall, mein Jörg fühlt sich jetzt schon ganz einsam in seiner Vasallen-Welt. Und denkt sich so, why? Vor allem könnte ich jetzt wahrscheinlich schon viel bessere Leute mitnehmen. Und weg damit. Ah, einsammeln. Einsammeln. Und ab rein dort. Ach, hier gibt's auch noch Sachen zum Abbauen. Zack. 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 Sehr schön. Mir fehlt jetzt hier wirklich nur noch so ein Stein, wo ich meinen Hauptwassal wieder... ...wieder beleben kann. Vielleicht hier hin irgendwo? Hier ist ein Lager. Ich hab mir hier auch noch irgendwo einen Stein. Naja, öffne du nur die Schatztruhe. Nimm die mit. Was hier auch wirklich nirgends mehr so ein formaler Deiter-Stein ist. Äh, okay. Äh, nee. Äh, wir machen mal kurz das da. Dann können die sich mal alle schön an Blitzen erlauben. Und zack. Und die Doppel leben wir wieder. Hier hat's auf jeden Fall dicke abbekommen. Ja, war, war easy, ne? Du bist nur down gegangen. War krass easy. Was bist du ein? Okay, das ist ein Ort des Gebets. Wo? Hä? Hm, ich will doch nur meinen Hauptwassalen wieder. Wo? Ich will doch nie jetzt. Wir machen die Stütz. Wir müssen nachdenken und auf dich. Wir müssen nachdenken. Ich will, wir gehen über die die Stadt. Hup, Bach. Ähm... Hier ist auch nirgendswo was. Haben wir hier was? Mit dir? Was ist mit dir? Warum greifst du mich an? Einmal lassen, bitte. Danke. Sonst endet ihr nämlich genauso. Schön knuttrig. Oh, ne, ne, Marjane. Und zack. Nett. Oh. Ist da noch einer? Dö, dö, dö. Nice. Ja. Guckt euch das mal an. Sammelt mal bitte ein bisschen ein. Ich guck mich hier auch um. Da ist so ein Hütchen. Einfach 100 Gold in so einem Knochenkadaver gefunden. Okay. I'm sorry. Ich muss alles einmal... Alles einmal gucken. Nicht, dass wir da... Äh. Äschen, Rippchen. Nicht, dass wir da irgendwie Pads oder so rausbekommen könnten. Aber vielleicht bekommen wir das aber auch nicht mehr raus, wenn ich das verbrenne. Nee, aber hier ist einfach nix. Hm. Oh. Nice. Da in dem Dorf, da muss ja irgendwas sein. So. Was? Und Kanänchenfell. Sehr schön. Noch ein Kanäkel hier. Sehr schön. Kann man ein bisschen Kanänchenfell mitnehmen. Guck mal hier noch. Wasserfallmäßig. Ja, dann gehen wir mal da rüber. Ich glaub, da müssen wir sowieso hin. Ach. Hier ist noch ein... Lager. Geh mal einmal hier hin. Man muss ja mal gucken, ne? Hier sind schon Gucke. Okay. Das hat... Äh... Nicht getroffen. Hier ist aber noch ne Tore. 1.800 Gold. Die brauchen wir nicht unbedingt zu fighten, oder? Nee, ich glaub nicht. Wir gehen jetzt mal außen rum. Die Gegend gefällt mir aber, hier sind wir auf 51 FPS. FPS. Das Dorf Harve. Mist, sieht... Äh, sieht ziemlich zerstört aus, hab ich das Gefühl. Ich weiss nicht, ob da noch so viele Leute da sind. Hm? Oh mein Gott, endlich. Oh mein Gott, endlich. Wir haben das. Dankeschön. Ah, Jörg. Hi, Jörg. Ähm, das bedeutet dann jetzt aber, dass Jörg halt... Stufe 13 ist, ne? Ja. Okay, der hat noch ein bisschen was an Leveln, dann nachzuholen. Aber das macht ja nix. Das macht ja nix. So. Was haben wir hier so? Hä? Wer ist noch was? Ja, 850 Gold. Nice. Warte, nehme die Kiste oder auch nicht? Ja, 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 ich weiss. Du willst mir wieder hier zeigen, wo überall was hingeht, aber das will ich doch gar nicht. Richtiges, äh, Roborans. Äh, okay, alright. Ach, hier können wir mal Zeit ver... Okay. Warum kann man hier Zeit verbringen? Heißt, dass hier passiert irgendwas in der Nacht? Hm. Hm. Jo, gereiftes Bestien-Güppchen. Schön. Schön, 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 schön. Hä? Wer ist der Kerl da hinten? Ach, du bist ein Händler. Hallo? Wenn du da hättest, dann kannst du die Kiste verdienen. Du kannst nicht wegwerfen. Hallo? Na? Ne, nix. Kannst du dir was kaufen? Natürlich interessiert mich deine Ware. Was hast du denn so? Ich hab gar nix davon, ne? Hm, ich muss mir davon mal eins kaufen, auf jeden Fall. Äh. Kann ich dir denn ein bisschen Stuff einfach andrehen? Hm. Hm. Aber hier will ich das. Ist halt auch wieder das Ding, ne? Will ich eigentlich nicht, ne? Wir legen einfach alles in eine Kiste oder so. Ja. Warte, da ist... Äh. Hier war eine... Hier ist so ein Kistensymbol. Aber hier haben wir doch schon eine Kiste geholt. Hier wird es. Hm. Naja. Dann gehen wir hier mal weiter. Ungeachtet... ...dessen, dass ich hier eigentlich... 350? Hey, das ist危険. In diesem Ort gibt es ein Kistensymbol. Wir haben die Kistensymbol die hier verabschieden. Ja, ich weiß. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Aber wir sind noch nicht wieder. Ich bin hier, um euch zu helfen. Du, ihr seid noch nicht mehr. Du, ihr seid noch nicht mehr. Ähm. Ich glaube, die sind eh schon dead, ne? Wir haben ein bisschen lange gebraucht, bis wir hierher gekommen sind. Ähm. Ähm. Wo rein sind die gegangen? Hier rein. Hallo? Ich nehme das mal mit. Äh. Bin nur kurz gekommen, um sie auszurauben. Geh auch gleich wieder. Also da unten wird gefightet. Ich muss kurz die, ich muss kurz hier Sachen ablegen, ey. Es wird wieder zu viel. Gibt das Luna? Das hier gebe ich auch Luna. Äh. Bin ich immer noch auf sehr schwer. Ah ja, stimmt. Das hier könnte ich auch Luna geben. Und dann sind wir zumindest nur noch auf schwer. So. Und irgendwo hier soll es jetzt reingehen. Hier. Ah ja. Guck mal. Oh Gott. Hallo. Hilfe ist da. Ja, ja, wir helfen ja schon. Sind ja schon da, sind ja schon da. Aber so ein Magier ist halt leider auch sehr anfällig. Wo ist denn jetzt schon wieder meine Truppe? Geht ihr da mal rein, bitte. Mensch, ein Skinner. Das wäre echt cool. Eieieieiei. Ahem, bauen wir nur kurz ab. Gemacht hat er schon. Ja, haben wir gut gemacht. Weiter geht's. Sind ja bestimmt noch mehr. Hallo, muss ich das da abbauen? Ja, ich bin da. Ich will mal kurz hier hoch. Da sind ein paar Bekrieger. Au. Ach, Mann. Alles schön verbrennen und dann noch eine Mine legen. Und weg mit denen. Sehr schön. Einmal kurz aufsammeln. Und überseilen den Rest erledigen. Was hier? Oh. Sehr schön. Schlangendiadem. Ich hab so das Gefühl, dass hier war, wo die Truhe am Ende stand. Und... Die war ja da so ein bisschen hoch. Hier müssen wir... Hier müssen wir durch. Da geht kein Weg dran vorbei. Da geht kein Weg dran vorbei. Da müssen wir einmal durch. Ein Reisestein? Was ist denn ein Reisestein? Bist du denn? Einem Ort zu vorfest gedenkst. Uh. Ja, von denen brauchen wir da mal ein paar. So wie wir quasi in alle möglichen Richtungen laufen. Nur nicht dahin, wo wir hin sollen. Ja, ja, ich weiß, dass die Mine nur ein Steinwurf weg ist. Lasst doch mal die Mine Mine sein. Mann. Ich will doch erstmal hier erkunden. Und ihr sollt mit erkunden. Können wir hier wieder raus? Das sieht irgendwie so aus, ne? Aber was haben wir hier? Was ist das hier? Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sollten hier noch nicht lang gehen. Ja, mach mal auf. Okay, Splitter. Ich glaube, hier ist nichts, oder? Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Sammeln wir noch das Zeug hier ein. Hier ist es. Bitte. Ähm. Ah. Mal zurück. Da hat aber gerade eben so ein komisches... Ah, da. Ja, da hat ein Monster geschnaubt. Ja, die sind natürlich... Und ich habe jetzt gedacht, ja, wenn die wieder... wenn die wieder da rauskommen, ne? Dann, ähm... machen wir aber was. Weil dann ist ja... dann ist ja... Gucci. So. Okay. Zack, weg damit. Jörg ist schon wieder... Jörg ist einfach am... barrikan. Mal wiederbeleben. Ja, das ist halt... Das ist halt, äh... Jörg ist halt mittlerweile ein ganz armer, weil... der hat halt keine Level. Der hat halt einfach keine Level. Das ist halt doof, ne? Aber was willst du tun? Was willst du tun? Da machst du nix. Ausdauer, Carsten. Ja, ganz ruhig. Ich glaube, hier in die Richtung geht's aber auch noch, oder? Äh... Ich seh nicht auch noch lang? Ja. Natürlich. Was haben wir hier noch? Äh, wir müssen hier noch... Wir müssen hier noch durch. Wir müssen alles erkunden. So eine Mine, die... Die muss... Muss alles erkundet werden, ey. Sonst zählt das nämlich nicht. Ich glaube, Blitz ist auch sehr effektiv gegen die, ne? Muss man ehrlich sagen. Jawohl. Ich glaube, ich muss Jörg mal so ein Ding geben hier. Irgendwie so Trank-mäßig... Äh... Hier hat alles Schwächungen. Gehen wir das mal Jörg. Könnte noch ein bisschen was kombinieren. Äh... Jawohl. Jo. Und dann könnte man noch... Jörg... Einfach drei Stück von denen hier geben. Und dann müsste der auch wieder... Da müsste der ja auch Gucci sein. Weil die sind schon vergammelt. Die kann man nicht mitnehmen. Schade. Ein bisschen Fischis. Hoppa. Mit der Ausdauer geht mir so ein klein wenig auf den Senkel. Ich hoffe, dass wir so wenig Ausdauer haben beim Sprinten. Ich würde sagen, wir gehen hier runter, ne? Was? 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 Was hast du denn gemacht? Die war komplett runtergebrungen, oder was? Das wird mein Meisterkann. Das kann ich schon lange. Blatsch. Einfach ein Köpper gemacht. Ei, 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 ei. Ja, ist ja gut. Und... Können wir, glaube ich, actually nicht wirklich direkt zurückreisen, ne? Weil, dann wären wir nochmal weiter weg von der Mine. Oder? Wir sind jetzt hier. Da ist Le Mine. Naja, so... Ah, geht so, ne? Aber ja, auf jeden Fall, das, das, äh... ...den Zielkristall hier jetzt. Das heißt, da könnte man öfter dann hinreisen. Irgendwie verbrauche ich auch gerade viel Ausdauer. Ist das, weil ich wieder so gottlos überladen bin? Das will ich auch hoffen, Dylan. Das will ich auch hoffen. Na ja, macht euch keine Umstände mehr. Ja, 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 ja. Gut. Da werden die gerettet. Was jetzt? Okay. Da sind ein paar Wachen dahinten. Äh, ja, dann helfen wir. Oh mein Gott, da sind aber wirklich... Holy shit, sind da viele, ey. Hallo? 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 Und zack. Ja, ja, da ist so... Da ist so... Da ist so... Hä, das waren doch nur drei. Okay. 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 Äh... Der ist aber auch cool. Okay, kriegen wir jetzt hier ein vollwertiges Dorf etwa dann hin. Das wäre nice. Das würde ich feiern. Ähm, hier hat die... Achso, das ist so ein Käfer. Das ist ein sehr wertvolles Shina. Es gab eine Recherche, ne? Ich glaube, wir brauchen mehrere von diesen Käfern da im Inventar, ne? Ich glaube, die Käfer dürfte ich eigentlich nie aus dem Inventar machen, weil die geben halt so ein... Die geben halt so ein Dings ab. Ach, wir brauchen keinen Heiler. Wir haben Heidränke. Ich wüsste gerne... Was ist der Unterschied zwischen dem da? Was ist zwischen allgemein und beschlagn? Was? Hm. So, dann kochen wir mal noch was. Äh... Gereiftes Bestchen-Rippchen. Let's go. Ah, ja. Mhm, 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 mhm. Alle Vegetarier müssen weggucken. Oh, ich werde jetzt in der nächsten Sprechstunde gehen. Nicht in... Ne, ist eigentlich egal. Ich glaube, wir bis zum Morgen. Und dann gehen wir noch einmal in... ...das Hüllchen rein. Sind die... Das war jetzt aber nicht schon fertig, oder? In ein paar Tagen, nicht in einem. Oder? Nee, nee, nee. Da sind noch nicht die Leute zurück. Okay. Ne. Dann kehren wir da mal per Seelengedönches da mal zurück. Irgendwann. Dann gehen wir jetzt der... Munsterjagd wieder nach. Wir müssen dafür noch einmal... ...in diese komische Mine rein. Denn aller guten Dinge sind drauf. Äh... Ich bin nicht immer so ein hundertprozentiger Fan, wenn man 5000 Mal in die selbe... ...in dasselbe Ding da rein muss. Na, aber naja. Äh, was ist das da eigentlich? Ist da jetzt jemand, oder was? Ne. Wo, wo ist was Nützliches? Ach, oh! Ja. Da könnte was Nützliches sein, ja? Was bist du denn? Ähm... Ja, sorry. Dann halt so. Pam. I'm sorry. Können wir hier irgendwie... Sorry. Hat er hier was? Der hat doch was. Der hat doch... Der hat doch was. Fauliger Goldzahn. Okay. Hä? Ist da hinten oder was? Ja. Oh, hallo. Ja, nee. Also... Tschüss. Au. Au. Hallo? 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 Warum immer ich? Und ein paar faulige Goldzähne. Aber da hat die Familie alles versteckt. Nice. Ich frag mich, ob's noch was Höheres als Erzmaier gibt. Ob's da... Ob wir da noch einmal höher gehen können. Das ändert sich hier nämlich schon relativ gut im Rang drin. Ja, ja. Ich komm ja schon mit. Ja. Ich komm ja schon mit. Ich komm ja schon mit. Ich hab ja noch mal. Ja. Das ist ein bisschen.